Moin liebe TT-Twinis und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist Fabian Grote. Servus! Ja, Gude. Und zusammen sind wir... Twinstalk Table Tennis. Brudi, was geht bei dir? Ja, in Trier ist die Lage super, sag ich mal. Ne, ist alles top hier. Wie ist die Lage in Trier? Ja, ich hab verstanden, in Trier ist die Lage super, weil du hast hier ist die Lage super gesagt, ne? Hier? In Trier aber auch, oder? Ja, in Trier ist als Roger. Also hab hier schön ein Glas Wasser am Start und freu mich jetzt mit dir ein bisschen Tischtennis-Nerdtalk zu machen. Absolut. War ja ein ereignisreiches Wochenende auch für uns beide, was Tischtennis angeht. Ja, war das erste Mal, dass es kein eindeutiges Spiel von uns gab, sondern es ein bisschen knabber wurde. Was nochmal eine sehr willkommene Abwechslung war. Diese Nervenkitzel, auch nochmal einen Abschlussdoppel haben wir zwei zusammengespielt. Also da war wirklich alles dabei für die fünf Zuschauer in der Halle. Ja, das muss man zugeben. Wir beide hatten eine weiße Weste im Einzel- und im Doppel und wir können so viel verraten, also vorher. Hatten wir nicht. Also vorher, ja, 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 ja. Also ich hab jedes Doppel- und Einzel-Vorher gewonnen. Und in Oberdrehs waren wir sowohl, was Doppel- als auch was Einzel angeht, an Punkten für die Gegner beteiligt. Durchaus. Also vielleicht zur Einordnung für die TT-Twinnys. Also wir hatten letzten Samstagabend ein Auswärtsspiel in Oberdrehs. Mega sympathische Mannschaft, aber sehr kalte Halle. Also da ist wirklich, ja, einfach bitter, weil die Stadt da sich denkt, sparen wir mal ein bisschen an den Heizkosten. Und da ist genau die Temperatur, die erlaubt ist. Also vielleicht auch weniger. Vielleicht sollten wir nächstes Mal einfach einen Thermometer mitnehmen. Und dann kriegen wir da vielleicht mehr als ein Pünktchen mit. Ja, apropos, Fabi, da können wir nachher auch mal drüber reden. Da sind da Thema Hallentemperatur, Hallenbeleuchtung und sowas, was man als beachten muss. Das ist ja auf Verbandsebene so, dass da gibt es ja keine Schiedsrichter. Und selten beschwert sich da jemand. Und dann ist immer noch die Frage, wenn man sich beschwert, wie willst du das nachmessen? Ja, da gibt es Möglichkeiten. Ja, klar, aber wenn du was dabei hast, müsstest du ein Foto davon machen. Alle müssten es bestätigen aus deiner Mannschaft, weil ein offizieller Schiedsrichter, der nachher die Entscheidung trifft, wenn der dann einen Tag später misst, kann die Temperatur wieder anders sein oder die Beleuchtung. Ja gut, ich denke mal, man müsste dann wahrscheinlich an dem Spieltag selber, wenn die Gastmannschaft sagt, nee, finden wir zu kalt, wir wollen das prüfen, dann wird das geprüft zusammen. Und vielleicht gibt es doch einen unabhängigen Dritten, der es bestätigt. Ja, wo kommt der her? Wen würdest du denn, nehmen wir mal an, du wärst jetzt, sagen wir mal, ich finde das schon fast unfair. Also ist natürlich jetzt die Frage, wenn es wirklich richtig kalt ist und Minusgrad und wir dann nur in Handschuhen und mit Schichtprinzip arbeiten müssten, um Tischtennis zu spielen, dann kann man vielleicht drüber nachdenken, zu sagen, hör mal, das ist zu kalt, wir spielen nicht. Aber war ja so als in Ordnung, also fände ich es auch Quatsch, sich zu beschweren. Aber nehmen wir mal an, du hättest dich beschweren wollen, wie wärst du denn vorgegangen? Ja, wie du selber sagst, bin ich überhaupt nicht der Typ dafür. Einmal das Beste daraus machen. Und ich denke, wir haben trotzdem sehr, sehr hochwertigen Tischtennissport in Oberdrester erlebt. Vor allem von den Gegnern, muss man anerkennend zugeben. Da waren gerade die Gegentopsens mit der Vorhand in der Kempelmannschaft gut vertreten. Das nur mal am Rande. Ja, also wenn es da wirklich eiskalt gewesen wäre, dann hätte das wahrscheinlich die Heimmannschaft aus Oberdrester auch eingesehen. Sonst hätte ich gefragt, ob die was zu messen haben. Wenn nicht, ob jemand kommen kann, der misst. Und wenn auch nicht, dann keine Ahnung. Vielleicht hat man ja einen Schiedsrichter im Bekanntenkreis, den man dann fragen kann, der dann offiziell dahin kommt. Sonst wird es schwierig. Ich hatte so eine Situation aber noch nie. Und du? Ich auch. Nein, ich auch nicht. Also weder was Licht angeht, beschwere ich mich noch. Wenn der Boden irgendwie zu rutschig ist, dann lässt man sich ein Tuch geben. Also wir sind da ja wirklich unkompliziert und haben uns noch nie beschwert. Ja, aber komm, Fabian, dann haben wir jetzt hier gerade so eine gute Überleitung zum Punkt, den wir eher ansprechen wollten. Und zwar das zweite Bundesligaspiel vom 1. FC Köln. Ja, auch vom Plattenplauscher Lennart Weking. Und interessanterweise sind die da noch gar nicht drauf eingegangen. Daher die spannende Frage, wussten sie es bei der letzten Folge noch nicht? Weil es geht tatsächlich um das Spiel vom 19.09. Ja, da haben die in Köln gegen NSU Neckars um 6-2 gewonnen. Und ja, wir haben einfach mal ein bisschen geguckt, wer ist in der zweiten Liga oben? Wie stehen die so? Und dann haben wir uns schon gewundert, dass Köln jetzt mit 3-5 da steht. Und haben dann gesehen, okay, die haben dann nach der letzten Plattenplausch-Folge noch Doppelspieltag gehabt und sind dann mit 1-3 rausgegangen. Aber standen vorher nicht 4-0, wie wir dachten, sondern 2-2, weil ihr 6-2-Sieg gegen NSU Neckars-Ulm nicht gewertet wurde. Beziehungsweise als verloren gewertet wurde, als 0-6. Und das sieht dann in Klick.t einfach mal so aus. Da steht dann 0-6 unten W. Und wenn du auf das W klickst, steht da Strafwertung gegen Heimannschaft. Das habe ich ewig nicht mehr gesehen bei Klick.t. Ja, Fabi, ich habe das nur mal mitbekommen. Irgendeine Oberliga-Mannschaft hatte mal die Doppelfalz aufgestellt und hat deswegen dann 9-0 verloren gehabt. Was natürlich maximal... Bitter, aber Komfort. Ja, Fabi, aber das ist noch bitterer, weil da bist du selber dran schuld. Also da muss man sagen, wofür hast du... Ja, aber Markus, da muss ich trotzdem ganz kurz mal reingrätschen. Das lässt du als Mannschaftsführer eigentlich nicht durchgehen. Also da rechnest du immer mit. Das hat der Fabian aus Oberdrehs, da gibt es ja noch einen Fabian, Fabian Langer, hat das auch sofort gemacht. Ich habe dann so laut gesagt, ja, hier 2er-Doppel-So-und-So. Und 3er-Doppel-So-und-So, müsste rechnerischer hinhauen. Hat der dann auch laut nochmal nachgeregt und meinte, passt. Und hat dann erst aufgeschrieben. Also frage ich mich immer, wie sowas passieren kann. Kann sein, dass wirklich einer einfach die Doppel durchgibt, sich verrechtet hat und der andere die aufschreibt und das nicht nachrechnet. Und das erst beim Eingeben im Klick-TT auffällt. Und gut, dann ist es natürlich wirklich zu spät. Dann ist es eher unglücklich gelaufen. Nee, nee, nee. Aber du hast ab Oberdegang einen Schiedsrichter. Und du gibst dem Schiedsrichter die Doppel durch. Das heißt, Fabi, der Schiedsrichter, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder er hat es wirklich nicht gecheckt und einfach vertraut, weil er dachte, es ist nicht meine Aufgabe, das zu prüfen. Ihm ist das nachher aufgefallen und dachte er sich, ah, Mist, aber kann ich das auch nicht mehr ändern. Oder Fabi, der hat das gesehen und dachte sich, ho, ho, ho. Die werden sich zum Schluss aber wundern, weil die werden direkt 9-0 verlieren. Aber sind sie selber schuld, da muss ich dann zum Schluss als 0-9 werden. Geil, kann ich endlich mal einen Haken hinter machen. Hatte ich schon ewig auf meiner Bucketlist. Also, du hast ja schon mal erzählt von dem einen Spieler, der sich einen Sieg, ja, geklaut hat. Also, sehr unspräglich erklaut hat. Also, offenbar gibt es solche Menschen, aber ich verstehe dann halt nicht, warum du Wettkampfsport machst, wenn du keinen Wettkampf willst, sondern ein Geschenk haben willst. Also, dann kannst du es auch sein lassen. Aber, Markus, du hast ein bisschen recherchiert beim konkreten Spiel von Köln. Und ich glaube, dass dein Verdacht auf Hallenbeleuchtung hinausläuft, ne? Ganz genau. Das finde ich ganz gut gemacht in Klick.tt. Da steht dann zum Schluss, ganz unten, wenn man sich das Spiel anguckt, unter Spielbericht genehmigt Bemerkungen. Und da steht dann, Wertung unter Hinweis auf WO, also Wettspielordnung, E3.2 und 1, 1.4, in Klammern, als Heimannschaft gegen die festgelegten Bedingungen für die Austragung stellte gemäß WO 1, 1.1 bis 1, 1.5, Klammern unter Berücksichtigung von WO 1, 1.6, verstoßen. Also, falls ihr jetzt im Bus seid oder sonst wo, könnt ihr ja nochmal überlegen, ob ihr das so verstanden habt. Und dann steht hier, sodass ein Mannschaftskampf nicht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte. Und Fabi, da habe ich mir gedacht, ja, was ist das denn jetzt genau? Und bin dann einfach mal in die Wettspielordnung reingegangen und habe tatsächlich gesehen, dieses E3.2 ist einfach nur quasi die Klausel, dass dein Spiel als verloren gewertet wird, wenn bestimmte Sachen erfüllt sind, bestimmte Voraussetzungen. Und die Voraussetzung bei 1.4 ist tatsächlich Beleuchtung. Und da steht, die Mindeststärke der Beleuchtung für den gesamten Spielraum, Klammern Box, beträgt für die Bundesliga, und darum geht es ja, 600 Lux. Und empfohlen sind sogar 1000 Lux. Also muss es wohl sogar unter 600 Lux gewesen sein, was maximal bitter ist, weil da kann natürlich die Heimmannschaft nicht wirklich was für. Klar muss sie das sicherstellen, aber wenn der Hausmeister auf einmal keinen Lust hatte, das helle Licht anzustellen oder so, und man hat den Schlüssel nicht und so, das weiß ich ja nicht. Aber würde ich schon eher sagen, ist schon eher so, dass du nicht wirklich was dafür kannst. Ja, die Frage ist auch, warum das so spät erst aufgefallen ist. Markus, willst du mal, oder hast du auf dem Schirm, wann die letzte Podcast-Folge von Plattenplausch kam? Das war doch im Oktober, oder? Ja? Das kann ich dir sagen, das war, glaube ich, an dem Donnerstag vor dem Spiel, vor dem Wochenende. Und ich gucke jetzt, wo man gespielt hat. Heute ist der 14., also muss es 7. oder 10. gewesen sein. Und du meintest, das Spiel war im September, 19. hatst du gesagt, ne? 19. September, genau. Und in der letzten Plattenplausch-Folge haben die noch nicht drauf eingegangen. Also, lieber Erich, lieber Lennart, falls ihr das hört, gerne mal Bezug nehmen oder einfach in eurer nächsten Folge auflösen. Oder andere, die das zufällig aufgeschnappt haben. Ja, das wird uns auf jeden Fall mega interessieren und auch mega bitter für den 1. FC Köln. Also, du gewinnst 6-2, stehst eigentlich 4-0 da und kriegst dann wegen Hallenbeleuchtung, wegen so einem externen Faktor einfach eine 6-0-Niederlage reingedrückt. Und drei Wochen später erst oder so. Aber wahrscheinlich wurde es relativ zeitnah angefühlt und dann kannst du ja Einspruch einlegen und da gibt es ja ein Sportgericht und alles. Aber ich frage mich so ein bisschen, wie man sich als Gastmannschaft verhält, ob man da Mitspracherecht hat. Denn wenn jetzt beispielsweise in Oberdrehs irgendwas rausgekommen wäre, was weiß ich, zu kalt oder auch Hallenbeleuchtung, würde ich nie, also würde ich nie das gelten machen. Also wenn man mich fragt, du hast vielleicht die Chance zu gewinnen mit der und der Klausel, würde ich sagen, nee, nee, also sportlich gesehen haben wir nur einen Punkt erzielt und dazu stehen wir auch. Und selbst zu der Niederlage würden wir stehen und die war ja wirklich kurz zuvor. Wenn ich das Gefühl habe, dass es einigermaßen Wettkampf gegeben hat, also wenn da jetzt nicht einer anfängt, mit einer Pistole auf uns zu schießen, da würde ich schon überlegen, da Einspruch anzulegen. Aber sonst, meine Güte, also wir haben ja natürlich ein Rückspiel, das wird in Bergneustadt stattfinden und da wird die Heizung auch ausgemacht, das ist doch klar. Ja, sicher. Du musst ja gleiche Bedingungen schaffen. Da meinte tatsächlich die letzte Mannschaft, ich glaube aus Bonn war das, dass auch bei uns die Bälle komisch springen auf der Platte und da bin ich natürlich betriebsblend oder wie man sagt, weil ich trainiere ja ausschließlich in Bergneustadt und hatte diese Saison noch kein Auswärtsspiel, also war ich ewig nicht an einer anderen Platte spielen als in Bergneustadt, also zumindest vier, fünf Monate nicht und ich habe keine Ahnung, ob die Bälle komisch springen. Jetzt war ich mal in Oberdrehs und da hatte ich am Anfang auch das Gefühl, die bleiben ein bisschen stehen und ich stand halt immer zu weit weg von der Platte, aber gut. Vom Tisch. Vom Tisch, das ist ein Thema für sich, habe ich mich auch relativ schnell dran gewöhnt und beim Abschlussdoppel ab dem vierten Satz war ich auch warm. Ja, nee, ich glaube, das Thema Tische und Bälle ist ein eigenes Thema für sich, gerade wenn du keinen Oberschiedsrichter hast und dann auch noch als Heimmannschaft immer selber entscheidest, auf welchen Tischen du spielst und welche Bälle du verwendest. Ist ja, glaube ich, bei uns nicht vorgegeben, welche Bälle man nimmt. Da kenne ich mich nicht im Detail aus, also ich glaube, ein Plastikball sollte schon sein. Ja, das schon, aber welchen genau? Und da gibt es ja, glaube ich, schon Unterschiede dann zwischen den Mannschaften. Also, ich kenne mich ja nicht so gut mit allen Marken aus, die es gibt, aber es gibt ja viele Marken, die bieten eine Basisversion an, quasi Trainingsbälle und Wettkampfbälle, genau, in der Regel durch drei Sterne gekennzeichnet und ich weiß jetzt nicht, ob du sagen kannst, wir spielen dann im Wettkampf mit den Trainingsbällen. Also habe ich zumindest noch nie erlebt. Das glaube ich nicht, aber ob es jetzt Andro, Tipa, Yola, Nitak, wie heißt das? Nitaka, Nitaki? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, diese Ballmarke, also, das ist ja dann, glaube ich, nicht festgegeben. Aber gut, wir driften wieder ein bisschen ab, wie wir manchmal dazu neigen. Ich wollte nur kurz sagen, so wie ich das sehe, sind die Einzelwertungen aber geblieben. Das heißt, die TTR-Werte sind jetzt gestiegen, wenn die gewonnen haben vom 1. FC Köln und für die Spieler, die verloren haben, sind die gesunken. Aber es ist jetzt nicht so, bei 6-0, dass dann geguckt wird, okay, wer müsste dann eigentlich verloren haben, obwohl er gewonnen hat, was ja auch mega Quatsch wäre. Genau, das wollte ich auf jeden Fall dazu sagen und dann ist mir da per Zufall auch aufgefallen, wenn man sich das Spiel anguckt und man ganz runter scrollt, steht hier auf einmal vollständigen Spielberichtanzeigen, MyTistennis Textmaschine Bericht zum Spiel. Also da kann man auf einmal mal genau nachlesen, das finde ich eine mega coole Sache. Es steht jetzt nichts noch mal genauer dazu, warum das Spiel nicht gewertet wurde, aber der wurde auch direkt erstellt an dem 9.09. Und zwar um 17.42, also direkt nach dem Spiel. Und jetzt steht hier, der wurde Software unterstützt auf Basis der Daten aus Click.dt erstellt. Also würde mich mal interessieren, ob man das als Verein beantragen kann, weil das klingt hier so, als ob das vom System automatisch gemacht wird. Vielleicht guckt man da noch mal drüber und dann gibt man das frei, was ja eine mega coole Sache wäre, weil das bestimmt viele Leute interessiert. Also falls das auch jemand weiß, gerne mal uns schreiben. Ihr wisst ja entweder über Social Media oder über podcast.twinstalktabletennis.de Ja, auf jeden Fall kamen ein Nachtig-Zuschauer in der 2. Bundesliga her noch auf ihre Kosten. Ja, ganz genau. Judy. Okay, dann wollten wir jetzt einmal mal ganz kurz unser Spiel gegen Oberdreß mal durchsprechen. Also ich denke, es ist rausgekommen, wir haben 8-8 gespielt. Und ja, Fabi, ich sag mal so, Spielvorbereitung, Verbandsliga, immer eine Stunde vorher in der Halle sein. Das ist wünschenswert. Also wir hatten es versucht in der Theorie, aber hat alles nicht so gut geklappt. Wir waren mit zwei Autos da und unser Auto hatte noch mehr Probleme. Also das erste Auto hatte ja kaum Probleme. Die hatten auf uns gewartet. Max und ich waren ein bisschen zu spät am Treffpunkt. Also theoretisch hätte das Auto auch schon 15, vielleicht sogar 20 Minuten vorher losfahren können ohne uns. Ja, aber die haben auf uns gewartet. Und dann sind wir gemeinsam losgefahren und dann dachten wir uns, komm, wir sind super im Zeitplan. Also wir waren ungefähr eine Stunde vorher da. Also das erste Auto war wahrscheinlich 50, 55 Minuten vorher da. Und wir wären auch um den Dreh da gewesen. Dann hat unser Fahrer ja, einen kleinen Extraschlenker gemacht aus Versehen. Sich dann entschieden, ja gut, wenn wir schon einen kleinen Umweg gefahren sind, dann fahren wir auch noch kurz tanken. Ja, und dann haben wir nicht mal den Parkplatz gefunden. Ja, aber ganz kurz, das war auch ein Witz. Halbe Stunde vorher drin. Also kann ich mal auflösen, ich bin gefahren und mal kurz tanken. Das war so eine Tankstätte zum Selbstbezahlen, ja. Und das hat sich vorher erst einmal gemacht und dementsprechend musste ich mir das erst mal herleiten, wie das geht. Ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber das hat bestimmt dann auch noch mal fünf, sechs Minuten länger gedauert als geplant. Ja, Fabian, und dann können wir mal eine Bezugnahme erbitten von den TT-Twinnys, ja. Also gerne mal eure coolsten drei besten Hallensuch-Stories erzählen. Ja, also es hören uns bestimmt Twinnys von allen Spielklassen, ja, von dritter Kreisklasse bis hin zur ersten Bundesliga. Liebe Grüße, Benne. Und einfach mal so, das ist ja auf jeder Ebene so, wenn du zum ersten Mal bei einer Halle bist, ja, dann gibt es eine Adresse, teilweise steht da keine Hausnummer, sondern irgendwie, ja, bei der Straße einfach noch 100 Meter weitergehen und dann durch den Wald, ja, und dann dreimal klopfen und dann da eine Holzhütte. So, aber bei uns war es wirklich so, ich glaube, wir haben sogar da mal gespielt, aber man hätte quasi mit dem Auto dann über so einen Fußgängerweg fahren müssen, 200 Meter oder so, und da haben wir gedacht, da geht's ja nicht her. Und das, Navi hat auch schon gesagt, wir sind eigentlich da. Dann wussten wir nicht, wo ist die Halle und so. War auf jeden Fall mega umständlich, weil wir dann umgedreht haben und woanders geparkt haben und dann noch mal sieben, acht Minuten laufen mussten zur Halle und auch gar nicht genau wussten, wo die ist. Also, Fabi, wann waren wir dann da? Es kam einiges, es kam einiges zusammen, aber natürlich liegt die Hauptschuld bei uns. Wir haben einfach alles viel zu knapp geplant und wir hätten auch auf jeden Fall nachher erst tanken fahren sollen. Und ja, also ich brauche schon meine 20 bis 25 Minuten einspielen, gerne auch eine halbe Stunde. Also bis wir dann uns auch warm gemacht hatten und dann an der Platte standen, war es, glaube ich, Viertel nach, also eher sogar ein Tick später noch. Und wir waren vielleicht zehn Minuten uns am Einspielen und ja, also Oberdresden ist ja eine sympathische Truppe, die meinen, wir können länger machen, aber dann dachten wir, ja, komm, den Rest spielen wir uns dann beim Doppel ein. Aber schon ein bisschen arrogant. Schon ein bisschen arrogant. Nee, aber wir dachten auch, okay, wir waren auch beide ein bisschen, sagen wir mal, strategisch unklug, weil wir am Donnerstag, also zwei Tage vor dem Meisterschaftsspiel, eine richtig intensive lange Trainingsanhalt gemacht haben, mit lange eingespielt, dann direkt ein Doppel gespielt, dann noch sechs Sätze gespielt, dementsprechend ein bisschen fertig, dann Freitag nicht früh im Bett. Wir suchen hier nicht Ausreden, Freunde, aber es kam auf jeden Fall viel zusammen, dass wir gedacht haben, okay, wir sind eigentlich platt, zehn Minuten müssen reichen und ansonsten fehlt uns dann nachher die Kraft. Na gut, aber Doppel konnten wir uns nicht lange einspielen, ne? Nee, also, ja, nach drei Sätzen war das Thema durch. Wir haben gedacht, wir spielen mal ein bisschen sicher, also wir haben uns natürlich selbstbewusst ins 1er Doppel gestellt, kannten die beiden Kollegen aus dem 2er Doppel, wussten auch, dass die eine Menge Potenzial haben, gerade gegen Noppe oder allgemein, wenn die ihre Bälle treffen, aber hatten dann, ja, im ersten Satz und im zweiten auch noch ein bisschen probiert, hin und wieder auch mal mit Blocken und Abwehr die Punkte zu machen, ab dem dritten Satz haben wir dann volles Risiko eingegangen, haben aber nichts getroffen, also war dann genauso deutlich und schnell vorbei, ja, aber meine Güte, so läuft das im Doppel, ich würde auch nicht sagen, dass wir die Gegner unterschätzt haben, sondern, nein, auf keinen Fall, für mich, für mich war das dann eher auch eine Sache, der Höflichkeit, weil es war ja offensichtlich unser Fehler, dass wir so spät waren und so wenig Einspielzeit hatten und dann dachte ich mir, also, das ist ja normal, dass man zwei Platten zum Einspielen hat und dann kurz vor Spielbeginn eine abgebaut wird und dann die andere spielfertig aufgebaut wird und da haben wir dann noch eine Minute weitergespielt, aber haben dann auch bemerkt, so, ja, im Prinzip sind alle anderen fertig und, ja, es geht wahrscheinlich in ein, zwei Minuten los und dann dachte ich, komm, nee, dann wechseln wir jetzt schon mal das Einspieltrikot an und gut ist und machen das Beste draus, ne, und, ja, gut, also, klappt ja auch oft, dass man dann im Doppel sich noch fängt, aber, da hatten wir wirklich keine Chance, aber man muss auch einfach sagen, unsere beiden Gegner, die haben auch keinen Fehler gemacht, ist in der Verbandsliga gegen das Zweierdoppel jetzt auch nicht zu erwarten gewesen, dass, dass man da so einer Übermacht gegenüber steht, gut, im Abschlussdoppel hatten wir auch ein sehr starkes Doppel, aber da hatten wir dann selber ein deutlich besseres Niveau, hätten wir das gehabt, ja, also, dann wäre das Spiel sicherlich offen gewesen, aber so ist der Sport, das gehört dazu, aber selbst, also, wir waren bis jetzt ja generell immer sehr erfolgreich mit der Mannschaft in der Hinrunde und haben oft alle drei Doppel gewonnen, aber mindestens zwei, aber, Markus, nicht nur wir haben gepasst, auch unser Zweierdoppel hat zwar sehr gut gespielt und super mitgehalten, aber musste sich am Ende im fünften Satz in der Verlängerung auch geschlagen geben und dann sind wir den Rückschlag nur noch hinterher gelaufen bis zum Unentschieden Ja, ganz kurz, Pavi, als Einordnung, man muss auch sagen, unsere Gegner, also die Jungs aus Oberdreht haben auch wirklich taktisch gut Doppel aufgestellt und natürlich voll spekuliert auf ein starkes Zweierdoppel, weil sie ihren Ersatzmann ins Dreierdoppel gestellt haben und ja, ist nicht böse gemeint, aber der, der hatte nicht so ganz das Niveau von Verbandsliga hinten und dementsprechend dann, wir haben ein starkes Dreierdoppel gehabt, sind sie da untergegangen und haben dann wirklich darauf spekuliert, ein starkes Zweierdoppel zu haben, was dann ja quasi das zweite Doppel für die gewinnt, also nicht diese typische Taktik Einser und Dreierdoppel, wir gehen 2-1 raus, sondern Einser und Zweierdoppel, wir gehen 2-1 raus und das ist voll aufgegangen, weil die uns halt ziemlich souverän geknackt haben, aber wir haben uns noch ein bisschen was vorgenommen, Kurzfassung auf jeden Fall noch vom Spielbericht ist, wir lagen wirklich 4-8 hinten und dann hat unsere Nummer 3, ja unsere Nummer, doch unsere Nummer 3. Ja gut, Markus, also um jetzt juristisch korrekt zu sein, das Spiel vom Freddy wäre theoretisch ja vorher gewertet, aber ich hatte schon mein zweites Einzel verloren, das erste im Fünften, da dachte ich mir, komm, Zweite auch im Fünften, wo ich schon 2-0 geführt habe, aber gut, also stand es in dem Moment noch 4-7, aber hätte Freddy verloren, wäre aus 4-7 4-9 geworden, deswegen war das schon wichtig, dass der das Ding geholt hat und danach gab es noch ein paar Gelegenheiten, wo es hätte anbrennen können, also Janko war schwer am Kämpfen und wir am Abschlussdoppel lagen auch schon 1-2 hinten, also wir waren am Ende heilfroh ums Unentschieden, gerade nach 5 Stunden Spielzeit und gab ja jetzt kaum Zeiten, wo eine Platte leer war, sondern gab einfach 9 Spiele im fünften Satz und ja, laut Sätzen haben wir sogar 4 mehr geholt, aber so wie der Spielverlauf war, war man am Ende ja einfach froh, noch einen Punkt mitzunehmen. Absolut, war auf jeden Fall ein cooles Spiel, hat mega Bock gemacht und ja, wir freuen uns auf das Rückspiel, Fabi, ne? Ja, absolut, also dafür spielt man ja Tischtennis für solche Wettkämpfe und Begegnungen, ähm, klar, von der Spiellänge her, äh, ein Auswärtsspiel, wo man über eine Stunde anreist, das kann, äh, kann auch schneller gern zu Ende gehen, aber beim Heimspiel, da nehmen wir uns gern wieder 5 Stunden Zeit, wenn es sein muss. Ja, das war auch die längste Anreise, war ja Stunde 15 Minuten. Ja, und, äh, Hinfahrt war noch länger. Judi, dann, Fabi, haben wir natürlich hier Punkt auf der Agenda, unsere, ähm, unsere erste Mannschaft hat gegen Bad Königshofen ein Hammerspiel hingelegt und wir hatten die Ehre, das kommentieren zu dürfen. Ähm, da müssen, müssen wir, müssen wir kurz sorry sagen, ne? Ja, da waren wir leider nicht so gut vorbereitet, wir hatten uns fest vorgenommen, den Live-Chat auszuprobieren, aber er ist ein bisschen untergegangen, jetzt haben wir, fast zwei Monate Zeit, uns zu sammeln, denn am 5.12. ist das nächste Heimspiel und, äh, da nehmen wir uns das wieder fest vor und schauen mal, ob es diesmal klappt. Ja, wir haben auf jeden Fall die Berechtigung und, äh, äh, auch, auch ein Laptop am Start, also, äh, sollten wir dran denken, ihr könnt gern mal Bescheid geben, ob, ob jemand geschrieben hat, weil du kannst das leider im Nachhinein nicht mehr gucken, es ist dann nur während, während man live ist möglich und, äh, ich hab dann versucht, im Nachhinein zu gucken, aber, äh, ging nicht mehr, also, sorry, falls uns da jemand geschrieben hat, äh, ja, beim nächsten Mal gucken wir da rein, weil man hätten, Fabio, das Problem war, man, äh, konnte den benutzen, aber wir haben nicht reingeguckt, es war nicht mal so, dass wir den hätten vorher freigeben müssen, der, der funktioniert immer, ähm, genau, aber, wir hätten uns halt anmelden müssen, ja, genau, aber beim nächsten Mal haben wir es auf jeden Fall auf dem Schirm und kurze Zusammenfassung, äh, unsere Jungs haben 2-0 geführt, ganz großes, äh, Tischtennis von Alberto Migno, der, äh, wirklich als Geheimwaffe Bastian Steger geknackt hat mit 3-1, das, das war natürlich super stark, und dann kam aber auch eine ganz starke Aufholjagd von Bad Königshofen, ähm, die dann, äh, sowohl 2-1 gewonnen haben und im Abschlussdoppeln noch 0-2 aufgeholt haben im 5. auf 2-2 und dann haben unsere Jungs dann im, äh, Entscheidungssatz noch hauchdünn gewonnen, also, ich denke mal, für jeden Tischtennis-Fan war das ein absolutes Topspiel und, ja, nachher ein glückliches Ende für, für unsere Jungs aus Berg-Neustadt, ne? Ja, total und halt eine absolute Mannschaftsleistung, weil jeder seinen Teil dazu beigetragen hat, Ben hat gewohnt, das erste Einzelgewonnen, ähm, ja, Alberto Minho hat nachgelegt und Alvaro war zwar im, ja, Einzel gegen Kilian Ort unterlegen, wobei man eher sagen muss, dass Kilian Ort überlegen war, weil Alvaro hat schon solide gespielt, äh, wenn er Gelegenheit hat, aber oft hatte der gar keine Gelegenheit, weil Kilian Ort seinen Rückhandaufschlag so gut reingedreht hat, vor allem die langen Aufschlagvarianten von der Platzierung, von der Geschwindigkeit, von den, äh, von der Rotation her oft auch, äh, eine Menge Unterschnitt oder mal Überschnitt, also wenn Alvaro Robles den sicher auf den Tisch gezogen hat, dann hat Kilian Ort mit Rückhand und Vorhand gegengezogen, vor allem mit Vorhand und Alvaro hat dann verstanden, dass er den Aufschlag wirklich mit Winkel in die Weite Vorhand oder in die Weite Rückhand ziehen muss, ähm, um überhaupt eine Chance zu haben, ähm, aber da, da hat Kilian Ort sich gerade in den ersten zwei Sätzen erstmal eine Menge Punkte geschnappt und, äh, ja, war einfach, war einfach krass zu sehen, wie gut Kilian Ort auf dieses Einzel vorbereitet war, ja, ja, alle Kenner von der TTBL wissen ja, halblange Aufschläge oder kurze Aufschläge, die kriegt Alvaro mit seinem Banana Flip hervorragend und, ähm, das ist seine beste Waffe und die konnte er kaum einsetzen, aber, um das kurz zu beenden, Alvaro hat dann natürlich im Abschussdoppel wieder seine gewohnte Leistung gebracht, wobei er sich deutlich mehr auf seinen Doppelpartner verlassen konnte als sonst, ne? Ja, das klingt so negativ, man muss dazu sagen, wenn man mit, mit Alvaro Doppel spielt, muss man, man muss den Ball nicht nur reinhalten, man muss auch selber einen guten Topf ins Spiel, mal kurz legen, kurz einen Aufschlag hinbekommen, aber normalerweise bereitet man vor und, äh, dann macht Alvaro die Punkte, ja, oder wenn Alvaro Rückschlag hat, kann man sich meistens einen Kaffee holen, dann hat der meistens einen direkten Rückschlagpunkt, ja, und ansonsten muss man nochmal nachlegen, aber man hat auf jeden Fall den krassesten Vorteil, wenn Alvaro Rückschlag hat, außer, es macht jemand so richtig lange gute Aufschläge wie Kilian Ort, und, ja, da hat man gesehen, der hat wahrscheinlich echt eine intensive Videoanalyse gemacht, weil auch beim Aufschlag von Alvaro hat er wirklich diese Standardaufschläge ohne Probleme bekommen, immer schön lang geschupft, äh, aber mit Schnitt, ja, ähm, dann mit Tempo, ja, und, äh, noch gut platziert, meistens auf Körpermitte, sodass dann die Eröffnung, äh, von Alvaro nicht so platziert war, und dann hat er krass gegengezogen, also er war in den ersten zwei Sätzen sowohl beim Aufschlag als auch beim Rückschlag im Vorteil, und dann Fabio hat Alvaro einen anderen Aufschlag rausgehauen, ne? Ja, klar, dann hat er mal den Gegenläufer, auch Korkenzieher oder Innendräher genannt, ausgepackt, zweite Phase, meistens einfach zweite Phase, kurz, halblang, äh, ich würde sagen, eher halblang, mit, äh, Seitenschnitt, ne, Seitenüberschnitt, und den kann, äh, Kian Ort, wenn er perfekt, äh, den Topspun-Time, kann er den reinziehen, hat er auch einmal gemacht, aber da die oft, äh, also wirklich gut halblang kamen, sodass die richtig schwer zu ziehen sind, hat Kian am Anfang auch versucht, den kurz zu legen oder reinzuhacken, das, und hat eine Menge Fehler gemacht, oder den so hoch zurückgespielt, dass Alvaro, ähm, da Vorteile hatte, aber am Ende konnte er den entweder gut flippen oder gut ziehen, je nach Länge, ähm, also ich hätte den Eindruck, im dritten Satz hat er auch den Rückschlag raus, ne? Ja, ja, dann hat er ja auch, nachdem er den dritten Satz dann 12-10 verloren hat, vierten Elf-Sieben gewonnen, und ich glaube, da auch ziemlich hoch geführt, also, riesen Kompliment an Kian Ort, das, das war stark, generell auch an, an die Mannschaft von Bad Königshofen, das, äh, ja, das war eine super Aufholjagd, aber sie wurde leider nicht belohnt, und Fabio, um, um hier das nicht zu ausführlich zu machen, äh, das erste Einzel, Benedikt Duda gegen Maxim Gräbnev, konnte ja Benne gewinnen, ja, war ein mega krasse Ballwechselball, ich weiß nicht, ob vielleicht sogar auch der Behind-the-Back, äh, Schlag von, von Maxim Gräbnev Ballwechsel des Tages geworden ist, ähm, aber, Fabio, das Spiel, das gab es schon mal, äh, vor nicht allzu langer Zeit vorher, ne? Richtig, also Freitag, ähm, war ja, das TTBL-Spiel, und fünf Tage vorher am Sonntag war das Finale zwischen Russland und Deutschland und da musste, äh, Benne sich nach 2-0-Führung im fünften Satz schließlich geschlagen geben, in der Verlängerung, denkbar knapp, und, ähm, ja, auch, äh, Patrick Franziska wurde in dem fünften Satz in die Verlängerung gezwungen, der hat, äh, 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 dann Maxim Gräbnev geschlagen, aber das zeigt ja auch einfach, wie talentiert dieser junge Sportler ist, ich hab noch 19 Jahre im Kopf, Markus, ich weiß nicht, ob du es genauer weißt, ne, aber in dem Alter, äh, sowohl gegen einen Benedikt Duda, als auch gegen einen Patrick Franziska auf Augenhöhe mitzuspielen, das ist schon enorm, und, äh, das zeigt auch, dass man in, also man kann jetzt schon mit ihm rechnen, aber dass man sehr wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Jahren noch mehr mit ihm rechnen muss, und, äh, auf 10 Jahre Sicht ja sowieso, also heute legen Sportler mit Mitte, Ende 20 gefühlt ja nochmal, äh, ein Level zu, hat sich ja verändert, da ist in einem anderen Podcast auch schon ausführlich drüber gesprochen worden, ähm, ja, also, das hat einfach Spaß gemacht zuzugucken, und, äh, ja, also TTBL hat einfach Spitzensport zu bieten, ähm, der in vielen Phasen mit Olympia mithalten kann, also außer jetzt Halbfinale und Finale von Olympia, da hast du dann oft, äh, noch krassere Athleten, aber es ist einfach, es ist einfach schön, wenn man den Tischtennissport liebt, dass man das, äh, so regelmäßig geboten kriegt. Jo, Fabian, weißt du, was, was der, äh, ähm, Doppel dieses Jahr geschafft hat? Jaja, da hat er den Titel geholt bei den Europameisterschaften, und erst mal, äh, Duda Schuh ausgeschaltet, also den Danganator mit Ben Dutt. Weißt du auch, mit wem er gespielt hat? Ja, da hat er sich den, äh, Linkshänder, den Lev Katzmann geschnappt, ähm, ja, sind ja Mannschaftskollegen in Russland, und Lev Katzmann gefällt ihm auch unheimlich gut. Ähm, ja, also die beiden haben eine große Zukunft vor sich. Genau, aber um, um den Punkt hier, äh, abzuhaken, also Glückwunsch an, äh, die, äh, deutschen Jungs zum, zum Titel, ja, Mannschaftseuropameister, mega nice, und natürlich, Fabi, auch an die Mädels, die kommen ja manchmal ein bisschen kurz, in unserem Podcast, aber die haben wirklich, äh, mit der B-Mannschaft gerockt, und sind auch Europameister geworden. Chapeau! Ja. Nee, super Leistung, kann man nicht anders sagen. Ja. Juli, Fabi, dann, äh, noch kurz zum, zum zweiten Teil unseres Podcasts, und dann, dann kann man auch einen Haken hinter der Folge machen. Ähm, wir wollen ja dann im zweiten Teil immer so ein bisschen, äh, auf Bezugnamen eingehen, oder auf Sachen von meinem YouTube-Kanal, TT Defender, und wir haben tatsächlich eine Mail bekommen, ähm, mit der Frage, wie sind wir eigentlich zum Tisch denn, insgekommen? Ja, und seit wann spiele ich Abwehr, und warum habe ich umgestellt? Ähm, ja, Fabi, ich würde die Frage mal an dich weitergeben. Ja, also ganz klassisch, äh, wir sind ja Dorfkinder, und, äh, da fängt man natürlich irgendwann mit Fußball an, also ist ja die Sportart Nummer eins, in Deutschland und England und England und vielen anderen Ländern, ähm, äh, ich habe jetzt einfach mal Dorfkinder gesagt, ich schätze mal, dass das selbst in der Stadt so ist, aber im Dorf hat man halt immer, äh, einen eigenen Fußballverein, und, äh, da waren wir dann, glaube ich, gut zwei Jahre bei den Bambinis, also ich meine, dass wir mit fünf reingegangen sind und mit sieben dann aufgehört haben, ähm, lag einfach daran, dass unser Lieblingstrainer, den wir damals hatten, dass der, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob er in den Ruhestand gegangen ist, oder was, äh, warum genau er aufgehört hat, aber er hat uns nicht mehr trainiert, und das war für uns dann der Anlass, ja, der hat dann, der hat dann auch Tischtennis angefangen, ich glaube, das hat er aber schon vorher gespielt, aber vielleicht von ihm, ich finde es halt nur witzig für die Story, dass unser ehemaliger Fußballtrainer, mit dem wir richtig, äh, gerockt haben, wir waren ja schon, äh, Torschützungkönig bei den Bambinis, ähm, dass der dann, als er Fußball aufgehört hat, äh, wir ihn dann im Tischtennisverein wieder getroffen haben. Ja, aber ich denke mal, die Floskel, wir waren richtig gut im Fußball, die trifft auf viele Sportler deutlich mehr zu, als auf uns, also wir waren, waren ganz okay im Fußball, aber wir waren nicht, äh, eine von diesen Talenten, die es mal bis ganz nach oben geschafft hätten, also, ähm, aber wir sind immer noch begeisterte Hobbyfußballer, und, äh, ich glaube, wir beide zeichnen uns eher durch Kondition, Schnelligkeit und Einsatz, als durch, äh, technische Fähigkeiten aus, oder? Ja, selbstverständlich, also richtig gut, sollte ja auch eher ironisch sein, mit, mit fünf oder sechs Jahren haben wir gespielt und in der Zeit, klar gibt's, gibt's manche Wunderkinder, aber da kann man ja noch nicht so wirklich, äh, erkennen, ob man richtig gut ist in der Sportart. Ja, doch, also, bei manchen schon, aber wir sind dann mit sieben in den Tischtenzverein eingetreten, weil unser Vater natürlich, ähm, zu dem Zeitpunkt schon sehr lange aktiv war, er selber hat zwar, für, äh, ja, Jugendliche relativ spät angefangen, ich meine 14 im Kopf zu haben, Markus. Ja, ich, ich meine auch. Aber das heißt natürlich, als wir geboren waren, war er schon längst aktiver Tischtennisspieler und sein Vater, unser Opa auch, und er hat schon immer gelauert, uns in den Tischtennisverein zu holen, aber hatte die Philosophie, die aus meiner Sicht, ähm, alternativlos ist, also total richtig ist, ähm, abzuwarten, bis es von den Kindern kommt und von uns kam erst mal Fußball und da wurden wir dann auch erst mal unterstützt und als wir dann den Unmut geäußert haben, unser Trainer, äh, hört auf, da kam dann der Vorschlag, wir können mit einem Tischtennisverein anfangen und da muss man ganz klar sagen, paar Wochen haben wir durchgehalten, ne? Hm, jo, da waren wir natürlich noch, äh, ziemlich albern, äh, jetzt sind wir ja schon sehr, sehr seriöse Erwachsene, aber da hatten, hatten wir halt nur Unsinn im Kopf, also da war unser Ziel, gerade beim, beim Warmmachen eher, uns hinter den Bannen zu verstecken, vor den Trainern oder Bälle zu schmeißen und, und zu verstecken in, äh, diesen, Geräteraum und so und, ja, unser Trainer fand das am Anfang noch witzig, dachte sich, die, die Jungs sollen ihren Spaß haben, aber als wir dann nach ein paar Wochen dann immer noch nicht vernünftig trainiert haben, ja, dann gab es eine kurze Drohung, äh, Drohung, dass wir aus dem Verein geschmissen werden, wenn wir so weitermachen, ja, Fabi, und haben wir daraus gelernt? Nö, dann wollen wir wirklich des Vereins verwiesen, aber Markus, ich habe keine Ahnung mehr, wie lange, also das kann nicht lang gewesen sein, oder? Nö, das war, glaube ich, auch einfach, als Kind kommt einem das mega lange vor, das waren wahrscheinlich ein paar Wochen und dann haben wir halt gemerkt, okay, fehlt uns mega, haben uns entschuldigt und seitdem, äh, da haben wir dann auch einigermaßen vernünftig trainiert. Ja, total, und wir hatten ja das Riesenglück, dass Beck-Neustadt zu dem Zeitpunkt schon, äh, eine sehr, sehr professionelle Jugendarbeit hatte, also da gleich mehrere unfassbar fähige und, ähm, erfahrene Trainer hatte, das war wahrscheinlich der Höhepunkt der Jugendarbeit, äh, den Beck-Neustadt jemals hatte, ich weiß auch nicht, wie lange der Zeitraum ging, also, ähm, locker zehn Jahre, ähm, wir haben heute immer noch eine gute Jugendarbeit, aber nicht mehr auf dem Niveau, ist ja auch, ähm, einer, äh, unser Trainer, äh, haben wir, glaube ich, schon mal genannt, Boris Rosenberg, ist ja auch nicht mehr in Beck-Neustadt, der da natürlich auch einen großen Beitrag geleistet hat, mit den, äh, aktuellen Trainern, die immer noch da sind und da wurden wir schon sehr, sehr gut gefördert und, äh, Talent haben wir offenbar dann, äh, von der väterlichen Seite mitbekommen, ähm, und die Kombination, ein bisschen Talent und, äh, professionelles Training, die ist natürlich, äh, erfolgsversprechend und so fing das dann recht früh an, dass wir uns in der Mannschaft bewiesen haben, auf Turnieren, äh, mit, äh, Schüler C-Klasse und dann alle weiteren immer ganz gut mitgehalten haben und dann kommt natürlich auch der Spaß, wenn man merkt, die Erfolge sind da und natürlich ist Tischtennis, ähm, nicht so beliebt wie Fußball und andere Sportarten und dadurch war die Konkurrenz auch nicht so groß, Markus, ne, also, so auf Kreis- und Bezirksebene, ähm, kannte man ja die paar Spieler, ähm, die wirklich, äh, einem gefährlich werden konnte und, äh, das war auch so ein bisschen Dorffeeling, also bis zur Westdeutschen, ne, da wurde es dann ein bisschen unübersichtlicher, aber da war für mich ja meistens Schluss dann. Ja, es wurde auch irgendwann der, der Bezirk erweitert. Vorher war unser Bezirk relativ klein, fand ich. Ja. Und ich glaube, dann wurden noch so ein paar andere Kreise mit dazugenommen und dann waren da halt wirklich sehr gute Spieler, die man sonst erst auf westdeutscher Ebene getroffen hat. Ja, stimmt. Aber Fabi, ich würde sagen, wir, wir wollten die Folge nicht zu lang machen, wir beantworten jetzt nur so wirklich die, die Kernpunkte und können danach noch so ein bisschen über unsere Jugend und Laufbahn berichten, ähm, aber noch die, kurz auf die Frage dann, seit wann ich Abwehr spiele und dann, dann machen wir die Folge auch zu. Ähm, ja. Also ich habe tatsächlich relativ früh angefangen und so dieser klassische Grund, ja, ich hatte, es gab zwei Gründe, zum einen hatte ich wirklich Bock, oft hinten zu spielen und, äh, so passiv zu sein und den Gegner nicht wirklich, äh, zu Fehlern zu zwingen, sondern den Ball nur rein halten und hoffen, dass er irgendwann von selber Fehler macht und mir jetzt quasi auch nicht selber die Punkte erarbeiten, indem ich ihm die Bälle um die Ohren ziehe, sondern so dieses Gewiefte, dass der Gegner sich auch noch ärgert, weil er denkt, ach Mist, er hat den Punkt nicht gemacht, sondern ich den Fehler, ja, ähm, und das war der eine Grund und der andere Grund ist, ich war halt einfach nicht erfolgreich mit zwei glatten Belägen, muss man halt klar sagen und dann habe ich gemerkt, mein Zwillingsbruder zieht mir davon, ja, und, äh, ja, nach zwei Jahren warst du noch die Nummer eins, ich die Nummer zwei und dann dachte ich mir, okay, mit zwei glatten Belägen komme ich vielleicht nicht mehr vorbei, also breche ich dir das Bein, aber, äh, das ist dann gescheitert, ja, hast du vielleicht gar nicht mitbekommen, aber ich habe dir da aufgenommen. Nee, Spaß, dann, äh, dann habe ich gedacht, okay, äh, wenn ich eh nur hinten bin, dann kann ich auch eine lange Noppe nehmen, hatte auch am Anfang diese, diese langen Noppen, die jetzt verboten sind, äh, ich glaube, weil die glatt sind, von Dr. Neubauer Superblog hatte ich, ähm, und, ja, dann, äh, habe ich auch hinten schön abgewehrt mit der Noppe und da kam die in der Jugend gar nicht zurecht, äh, da hatte ich dann so enorme Vorteile, ähm, dass ich dann auch dich überholt habe und dann wollte ich natürlich nicht mehr zurück, ja, ja, ähm, und ich wollte nachziehen natürlich. Hast du dann auch Noppen gehabt? Nee, also ich habe es dann auch probiert und habe dann im Training immer absichtlich ein bisschen den Weg in die Halbdistanz und Ballonabwehr gesucht, ähm, aber da meint meine Trainer so, Junge, geh vorne an den Tisch, du bist kein Abwehrspieler. Und dann meinte ich so, ja, aber ich könnte es ja mal ausprobieren und, ich kann mich da jetzt nicht mehr so gut daran erinnern, ich glaube, ich habe dann wirklich mal deinen Schläger bekommen für eine Trainingsänderin und durfte da hinten ein bisschen abwehren, das war maximal durchschnittlich und, äh, dann meinten meine Trainer alle so, nee, komm, äh, du bleibst mal Angreifer und arbeitest besser an deiner Rückhand und, äh, dann war das Thema durch, also das war wirklich mal eine Woche oder so, wo ich es ein bisschen probiert hatte und, ähm, ja, äh, ich kam einfach aus vielen Gründen nicht mehr, ähm, hinterher, ähm, ich finde, du, du warst schon auch ein Tick disziplinierter im Training, also wir beide haben das ja dann einigermaßen professionell gemacht mit dreimal die Woche Training, was ich jetzt, also was ich wirklich, seit ich 17 bin, nie mehr hinbekommen habe, dreimal die Woche, also, äh, die letzten 10 Jahre war zweimal die Woche kein Thema für mich, also da reden wir im Durchschnitt maximal über einmal die Woche, aber das hat viele Gründe, aber, äh, zu dem Zeitpunkt war dreimal die Woche gesetzt, ähm, wodurch man sich automatisch verbessert, aber du warst immer noch ehrgeiziger im Training, hattest da noch größere Ziele und, ähm, ja, war schon, war schon spannend, diese Zeit. Ja, Fabi, äh, es war auch so ein Kreislauf, also, dadurch, dass ich Noppen hatte, wurde ich dann auch erfolgreicher, weil die Gegner nicht so gut mit dem Spielsystem zurechtkommen, nicht unbedingt, weil ich jetzt viel Talent hatte oder, äh, besser trainiert hatte, aber dadurch, dass ich dann erfolgreich wurde und auch mal auf einer westdeutschen Endrangliste war, da auch mal unter dem Top 3 und dann sogar auf deutscher Ebene, hatte ich natürlich, äh, quasi von mir, äh, die Erwartung, dass ich da auch mithalten kann und bin dann von mir aus ins Training gegangen, wurde dann ja auch auf Lehrgänge vom WTTV eingeladen und, äh, da haben wir dann auch dreimal trainiert, äh, das war dann auch krass, aber war dann auch immer ziemlich viel und Fabi, ich würde sagen, das machen wir immer als Cliffhanger. Nächste Folge berichten wir mal so ein bisschen von unseren, äh, Erfahrungen als, als Jugendliche, wie wir trainiert haben, worauf, wie wir so ein Training strukturiert hatten, worauf unsere Trainer geachtet haben, kann ich dann auch ein bisschen meine Erfahrung aus der B-Lizenz einfließen lassen und, äh, wir hatten auch noch eine andere Frage, schauen wir mal, die machen wir auch nächste Folge. Nächste Folge machen, da ging es nämlich darum, wie schafft man es im hohen Alter noch erfolgreich zu sein und da haben wir eine Mail bekommen. Also, hohes Alter ist hier, äh, relativ zu sehen, ne? Ü, 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 60 ist, wenn jetzt die 60-Jährigen denken, ist doch nicht hoch, wir sind doch noch jung, ja, meine Güte, fühlt euch noch jung, wenn ihr wollt. Äh, eigentlich, nee, hohes Alter ist auch ein bisschen übertrieben. Hohes Alter klingt schon eher nach 80 plus, ja. Also, sagen wir, im gehobenen Alter, ja, ähm, nee, da hatten tatsächlich unten, gab es eine Mail äh, über unseren Papa, dass der ja noch relativ hoch spielt und, äh, mit dem haben, äh, habe ich ein kurzes Interview geführt und da, äh, kann ich ja mal so ein bisschen zusammenfassen, warum er jetzt noch relativ erfolgreich ist mit Ü, 60. Man könnte jetzt natürlich auch noch Namen nennen wie Manfred Nieswand, ja, der ja auch bei uns im Verein spielt, von, von dem können wir auch mal ein bisschen berichten. Zweite Mannschaft noch, ne? Zweite Mannschaft, wir haben, also ich habe auf jeden Fall auch mal eine Saison mit ihm zusammen Doppel gespielt, ja, und Verbandsliga oben, waren wir kein ganz so schlechtes Paar Kreuz, also, da können wir dann mal ein bisschen berichten, aber würde jetzt sagen, rappen wir die Folge ab für heute, dann lassen wir die TT-Twinis ein bisschen hungrig zurück. Ja. Ja. also dafür, ja. Ich wollte nur sagen, wir haben auch bald wahrscheinlich noch einen Gast, einen jungen Abwehrspieler, aber das verraten wir dann, wenn es soweit ist. Ja, das klärt sich noch, aber könnte, könnte, ähm, vielleicht schon zur nächsten Folge klappen, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, um es mal ganz allgemein und diplomatisch zu formulieren. Ich fand es so witzig, dass du gesagt hast, wir lassen unsere TT-Twinis hungrig zurück. Wir haben ein paar Sachen angeteasert, aber eigentlich haben wir in der Vorbesprechung gesagt, knackige halbe Stunde, jetzt sind wir bei knapp 50 Minuten, und, ähm, ja, Markus, ich bedanke mich, äh, auch bei dir, für die angenehme Folge, mal ein bisschen zu quatschen, alles Revue passieren zu lassen. Wir haben übrigens zwei Wochenenden frei, ähm, hintereinander, die beide auch, äh, mit Freizeitterminen jetzt vollgepackt sind, ähm, 30.10. Kommst du nach Trier bald. Richtig, richtig, ja, und 30.10. geht's für uns dann wieder, ähm, Meisterschaftsspiel technisch, äh, zur Sache. Ja, Fabi, ganz kurz, ganz kurz, wenn ihr jemand vom, vom Refrat, Tischtennisabteilung zuhört, die sind hier Tabellenführer, ich glaub mit 10-0, wir sind mit 9-1 da hinten, dahinter, ist halt die Frage, ob ich da mitspiele gegen die, äh, können, können, können mich ja mal privat anschreiben, ob, ob ich da, ob da was zu machen wäre, dass ich mal aussetze und, und die Tabellenführer bleiben, ne, einfach mal schreiben. Also Markus, ähm, das letzte Mal, als wir dich eingesetzt haben, haben wir einen Punkt abgegeben. Ja, ich hab, hab auch ein Einzel verloren und auch das Doppel mit dir, also ich war jetzt vielleicht, eher nur dafür da, dass, äh, keiner aus der zweiten aufrücken musste. Dass der, nee, genau, dass Janko nicht Mitte spielen musste und Freddy nicht oben, aber, ähm, nee, also, die Mannschaft hat schon gesagt, so, wenn du, wenn du spielen willst, ist okay. Also wir sollen dich jetzt nicht aktiv daran hindern. Ich hab grad so impliziert, dass wir erste Mannschaft spielen, aber hast, hast du auch mal gekonnt, einfach so hingenommen. Ja, ich glaube, das ist, ist, äh, allseits bekannt. Jut, Markus, dann, äh, nochmal danke an dich, danke an alle fürs Zuhören, bleibt gesund und wir verabschieden uns wie gewohnt mit einem Ciao und Ciao, bleibt gesund.